Lines ist eine weltweite Organisation von 1,4 Millionen Mitgliedern, die sich darum kümmert, bedürftige Menschen zu unterstützen. Der Lines-Club Karlsruhe Mitte besteht aus sehr kreativen und aktiven Mitgliedern, die schon in den ersten Wochen ihres Bestehens ihre ganze Vielfalt zeigen konnten. Wir freuen uns auf ein sehr spannendes Clubleben. Mein Lebensmittelpunkt ist meine Enkelin, von der ich gerade im Bild erhalten habe, was wir die letzten Tage gemacht haben. Ich wohne in Neureuth und hier in der Stadt fühle ich mich im Wohlsten bei der Hirschbrücke auf diesem Spielplatz. Ich engagiere mich gerne ehrenamtlich, ich möchte gerne anderen helfen und ich habe Spaß am Netzwerken und ich freue mich deswegen, dass ich Mitglied geworden bin im Karlsruhe Mitte Lines Club. Wir fanden die Ziele von Lines, gesellschaftliches und soziales Engagement von Anfang an sehr gut und wollten dies aber mit unserer eigenen Kreativität und unserer eigenen Vielfalt verbinden. Meine Mitte in Karlsruhe ist die Südstadt, obwohl es nicht wirklich die Mitte ist, aber da ist immer am meisten los. Da wohnen alle, die ich kenne, alle Freunde, alle Bekannten und deshalb, ja, da ist die Mitte, da gibt es alles, was man braucht. Und für dich? Für mich ist die Mitte die Hochschule für Gestaltung, weil ich da studiere und jeden Tag irgendwie hinkomme und für mich ist das so der Mittelpunkt in Karlsruhe. Mir geht es gut, ich bin gesund, habe einen tollen Arbeitsplatz, eine liebe Familie, ich bin privilegiert. Jetzt möchte ich der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich bin Mitglied im Lines Club. Das Ziel von Lines ist zum einen die ermöglichen Unterstützung von sozialen Projekten und zum anderen, dass sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenfinden, weil sie gerne etwas gemeinsam gestalten und erleben möchten. Ich bin mit dabei, weil es mir wahnsinnig Spaß macht mit vielen Toten. tollen, kreativen Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen neue Dinge zu entwickeln und dabei anderen zu helfen. Ja, Mitte, Mitte ist mitten in der Stadt, Mitte ist mitten im Leben, Mitte ist, wo man sich trifft, wenn man einen Kompromiss schließt, Mitte ist mitten aus der Gesellschaft heraus. Und von der Mitte aus kann man wunderbar agieren, wenn man so viele Freiheitsmahne hat. Der Hund ist mein Mittelpunkt, ich bin allein. Und ja, das ist halt mein Kinderersatz, kann man sagen. Ja, wer sind die Clubmitglieder? Schauen Sie hinter mich, da sehen Sie eine ganz tolle Gruppe von Menschen aus Karlsruhe, aus ganz unterschiedlichen Sparten, aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus dem Sozialen, aus der Universität. Und die zusammen ein Netzwerk bilden, das Menschen im Rothilfen möchte. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist deine Mitte, Charlie?